die kenne ich gar nicht die den hero den du hast hast du zu spät ausgelöst ja habs gesehen okay ne weiß ich jetzt bescheid so rice in der mitte bin wukong top wie erwartet jetzt kann der reichweite na Ah, der mag er Schön Oh yeah Don't fuck with the lawing bro Alter, es gibt's ne... Gut, dass ich einen Haider dabei hab, der was kann Also der scheint schon ziemlich schnell, ne? Ja, du hast so ne Sekunde Verzögerung oder so, ich weiß nicht genau wieviel, das lassen wir nicht immer Ja vor allem entweder ich lauf zum Stun rein, oder ich warte kurz und erwischen sie mich, also von daher Trinke mich so oder so Topline missed by the way Ah, Reh by the way Trotzdem, ich komme über River Seid ihr irgendwie bereit? Ja, mal klein in Gage Potential Das glaub ich auch geboardet, ja Boah, das ist kacke mit Anni zu Lars Sitten, ey Du bist doch mit Anni Äh, mit Anni wäre manch Mit Anni ist super easy halt, wegen dem Kuh Kann grad sein, aber wir haben keine Anni hat easy große AutoCAD-Range Hoplane Chargen Hoplane Chargen Hoplane Chargen Hoplane Chargen Bereit Anni wäre Bereit Anni wäre Sekunde Chargen ist schon wieder Top Jetzt Ich muss mal zurück Kriegst du noch was? Ja, sauber, danke dir Mit Anni hat's Äh, Chargen kommt den River runter Ich weiß nicht, ob mein Flash sinnvoll war, aber ich glaub schon Ich nehme aber trotzdem zuerst die Träne, weil ich brauche einfach das Mana Mit dem anderen krieg ich nicht genug Mana Anni wieder macht saubock, aber hat eine super lahme Animation, ey Zum Angreifen Ja, das stimmt Mit Miss Ist wieder da Ja Ja, jetzt muss ich zurück Unten wird's etwas brenzlig Ja Mach mal in der Mitte vorbei Mach mal in der Mitte vorbei Ja Warte, 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 warte Oh ne, dann, dann lass Hier sind zu viele Creeps Hat keinen Sinn Überlebt's Boah, fuck Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Nein Nein Ne, wenn wir... Hast du den Tower Range oder wie? Ne, gar nicht, aber der hat mich dann noch gestunt Ja Ich hätte nicht nachlaufen sollen Topline Flash raus Mit Miss Wahrscheinlich zurück Ich bin Level 6 übrigens Ich bin Level 6 übrigens Ja Ja, okay Ja, okay Ähm, ich werd Jarvan Blue invaden Komm mit dir mit Machen wir mal eben hier In Mana Ich bräuchte dann irgendwann den Blue Da ist das Da ist das Da ist das Da ist so low, da kann ich nix machen, ich geh wieder top Wenn was ist, ich hab Teleport auf dem Board Komm Gank und Rise Warte, warte, warte Bist du bereit? Ja, jump Ja Ach komm schon Nein Nein Fazit ihm egal Execute Oh, Tower Nice Naja Ich hab zu viel damage gefasst bei mir Ach wurdest du erwischt? Ja ja Achso, das hab ich nicht gesehen Da steht da 100 von Busch Naja, ich wurde aber vom Tower gekillt, von daher nicht ganz so der Riesenfellos 1 zu 1 straight Dafür hab ich Katalysator Warte eigentlich nur da drauf, dass hier einfach noch jemand ganken kommt, damit ich hier zwei machen kann, weil da ist so weit hinten Ist so langweilig Ich hab übrigens Teleport ready, ne? Also wenn irgendwer ein Wort irgendwo hinstellt und ein Teleport drauf Achtung zurück Wenn man sagt früh genug Bescheid Anivia Blue Was? Anivia Blue Ja Warte ich muss grad die Sind zu dritt rum Ich komm Ja Ich geh mal den Blue wachen Soll ich nach unten kommen? Teleport? Hinter dir Schick Schick Ups Schau 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 Schick Ich geh einfach Ich geh einfach Schick 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 Nerf ist nicht unter dem Tower, okay Ready? Flasher auch Ja Ja Topline miss Der ist da drin, ne? Vorsicht, Vorsicht Kannst du mir helfen, komm Komm, ja Lass den da hin War der Javan irgendwo unten? Ja Javan, Mist Kann sein, dass die alle irgendwie runter kommen, ne? Geht mal ein bisschen zurück Ja Zurück Kein Schaden Bryce ist tot Braucht du irgendwer Hilfe irgendwo? Ich nicht Und Bleib ich in der Mitte Javan ist nur Level 7 Ich dachte, die können ihre Fähigkeiten nicht nutzen, wenn ich diesen Kreis mach Können sie ihn auch nicht Aber die haben ja Auto-Attacks Was für ein Ding? Auto-Attacks Mit so einer Schleuder Schlinge oder was auch immer Ne, Auto-Attack ist Hat jeder Champ die Fähigkeit Du klickst einfach auf ihn drauf Und dann macht das Schaden Das ist keine Fähigkeit Genau Das kann deswegen auch in deinem blauen Ding Ausgeführt werden Ja, aber er hat mich irgendwie gefesselt mit irgendeiner Das war seine Ulti dann Was ist das, was ich erzählt hab vorhin? So So, ich hab Rod und Träne Ich find's ein bisschen affig, dass sie sich nicht selbst teilen kann Ja, das kommt nicht Früher glaub ich mal Ja, früher war das möglich Deswegen war die Fuh auch Ein bisschen sehr OP Als die Leute rausgefunden haben, dass es sinnvoll ist, Support zu spielen Das gibt's nicht, ich kann mich echt vergessen Das gibt's nicht, ich kann mich echt vergessen Das gibt's nicht, ich kann mich echt vergessen Komm nochmal in die Mitte Aber Schön, dass du da bist Das war's, was richtig da ist Das war's, was richtig da ist Ja Was soll ich machen? Ich lass ihn nochmal wegkommen Ich komm auch runter Ja Ich bin top Das Problem ist, dass meine Attacken Eine extrem geringe Reichweite haben Ich muss so nah ran, dass sie mich dann halt flacken haben Die haben ein Wort Problem ist Komm, die haben nix, lass drauf gehen einfach Ja Die Vega muss da irgendwo hier sein Egal Pull das blue Kein Ding Egal Ich glaub ich hätte auch nicht eher drauf machen sollen Ich hol mir die Geister Ich hol mir die Geister Ich hab Teleport ready Ja Ja Oh fucking hell Ist das dein Ernst Äh Hier Kannst du mir entgegenkommen, kannst du mir entgegenkommen, bitte 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 Ah nee, wir hatten die hoch Ah Fleisch raus Und die raus Hat der, wer was gesagt? Zu mir noch? Ja, dass du Top kommst, aber ist jetzt egal Ja, dass, äh Wäre ich ja nicht mehr richtig gekommen Na Patrick, nicht mit angreifen Gar nicht Ja Mal schauen, ich versuch schon immer die vollen anzugreifen Ne, ne, nice Weil dann kann ich nicht einschätzen, wann ich mein Lastrück kriege Mitter haben mich zerstört gerade Toll, dann steh ich wirklich nur rum, ne Versuch den Gegner mit deinem Queue zu pauken Dann muss ich zu nah ran, dann machen die mich fertig, das ist das Problem Vorsicht Bord Lauft's gut Ich komm rein Ich komm rein Ich komm rein Leute Leute Geht drauf, geht drauf, geht drauf Ja Slow Ich komm rein Ich komm rein Ich komm rein Ohm Nur weil ich die Veterangegegriffen habe Geht drauf Schade Top lane miss Ah da ist er wieder Ähm, eigentlich Drake wäre interessant noch Top lane immer noch miss Kommt, hopp Brauchst du nicht, geh irgendwo anders hin, ich mach den Er hat sowieso gar keine Chance mehr hier oben Kommt, Achtung, zurück Ja schon Schade Lass uns den Zettel einreißen Ach scheiße, da war nur einer Oh stopp Komm schon, komm schon Vielleicht kommst du dir Komm zum Rise Ich hab dir gerade das Leben gerettet, das ist jetzt klar Dankeschön Das wäre glaube ich auch der Sinn der Sache Jaja Fuck ey Mist Ich weiß nicht Mist Lass Tower machen einfach Mach noch Top lane, äh ich push Top lane Tower Jo Blau ist so ein vitalischer Champion, ey Ja Kannst du kommen? Ja ich bin unterwegs Benutz das um, genau Ach schade Dann geh ich einfach raus Ja Oh jetzt wirds eng Vorsicht, Vorsicht Oh wei Ja hast du auch noch gut Damage rausgehauen, ey Ja Ja ist total total Illaoi ist richtig nice Aber mit viel Magic Damage kriege ich echt viel Magic Damage Was ist das für ein komischer Geist gewesen, der mich gerade angegriffen hat hier Ist nicht aufgepasst, muss ich gestehen Ja Wir müssen aufpassen, sie sind ziemlich am Roman, also da ist gerade ein bisschen doof Ihr solltet da unten jetzt auch nicht mehr stehen Ja geht, die sind auf alle Fälle auf dem Weg zu euch Ja Mitteln wird wohl jetzt fallen Max kannst du da ein Wort hinstellen, na Ja 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 wer? Wir müssen aufpassen, wir geraten so ein bisschen behind Nein, ich kann gerade nicht Da ist einer das Ja geht erstmal zurück, geht erstmal zurück Glude finden Ja Sollen wir Drachen gehen? Erst warten Und du musst deinen Kümmerstoff von der Nieder Ja ich weiß Muss noch üben Drauf Einfach rein in den Dragon Viert Habt ihr ein Wort irgendwo? Kann jemand ein Wort stellen? Nein Rein? Ach sorry Leute Sorry Total Falsch gesetzt Ja schön War doch geil Sauber Drache haben wir bekommen, oder was? Ja Das Ding hab ich auf der Topline gemacht Sauber Regeneration 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 Drache, schön Red mir noch im Drubach leben Hä? Ja, ich hab einen Hollidee, ne Ich hab den Red von Ich versuch mal ein bisschen in den Midtower zu pushen War ne dumme Idee Okay Du stehst echt weit vor mir Kann ich dir nicht mehr helfen Ne ne, ist nicht schlimm War, war mein Fehler Achtung, die kommt Bord Ja Achtung, die kommt Bord Hast du gemeint, dass ich mir Red buff holen kann Oder hab ich das Oder hab ich das Unpupply Ich hab Teleport ready Ich hab Teleport ready Habe ich nämlich Double buffed Das ist ganz ganz neglig Alle miss Unten ist einer bei mir Oder auch nicht Ja, in der Mitte kommt einer Ja, in der Mitte kommt einer Alter, hat die ein Dach Buraka, komm mal hier hin Wohin? Zu Asivian Warte Weil allein kannst du nicht fighten Relativ wenig Mitte? Amun kommt zur Mitte Hopplane Mist? Ne, warte hier Vega Flash mein ich so Hopplane ist aber auch Mist Leute Ich hab die Buraka Ich hab die Buraka Ich hab die Buraka Achtung Zurück fallen Kommt noch jemand von der Seite gleich Ich brauch grad irgendwo einen Creep oder so Dann kann ich mir Rabbidon holen Bordlane solltet ihr farmen Strip fallen So? Bereit? Ne, ne, nicht breit Was gehst du rein? Hm Ich hab eine Ose verfüllt So, back erstmal Wir waren eben Belga und Tukong Ach Mist, die kostet 1700 Sag doch was Flash raus Auf Wach aus Schaffst du's? Oh mein Gott Ja, easy Ah Leute? Ich bin dann da Aber Ich bin dann aus Na ich komm nicht Kannst du noch ein bisschen durchhalten? Ich mach einfach alle Ja sauber Ja Wollt bei dir Wollt bei dir Wollt bei dir Wollt bei dir Haben wir geflärt? Ja Ist ja überhaupt gar nicht schon fehl der Sham So, jetzt lupen bitte in der Mitte Oder Bordlane den zweiten Tower holen No Beides, wir machen einfach beides Amidia Kommt Läuft Ja Ja Wollt bei den Tower holen Jupp Und zurück Ich glaub wir sollten Baron als nächstes machen Auf den Rückblick bitte Bei Drake in Wollten stellen Und Genau Drake Einen großen Vieh Da hier Kann nicht Hallo Geh wieder auf die Copliner Weil ich hab Teleport ab Also wenn ihr an Bord dort stehen Dann hab ich rein Teleportiert Danke Die Mutter Ich hab wieder Ulti ab Wokong ist auf der Bordlane Vorsicht David, ich muss zurück Wölger ist auf der Toplane Ich muss kaufen So, wir Mitte, du Top oder erst Drache Ihr könnt einfach Top Was dann Drake rufen Ja Ja Wie gesagt ich hab Teleport ab Wenn ihr da kämpft Teleportiere ich rein Ja die haben gewordet Die wissen auf alle Fälle wenn wir machen Bevor du das gehst Check erstmal ob dein Wort ist Ihr könnt auch einfach so lange warten Bis die hier zu mir kommen Weil die müssen hier kommen Sonst pushe ich die in die Base ein Und ich pushe nicht so langsam Jetzt zum Beispiel der weiß Bei mir auf der Top Wir machen nicht den Drag Äh mein Wort ist da jetzt weg Ein paar Sekunden Max warten wir deine Ulti bis sehr spät Wir teleporten irgendwie Wir müssen ein Wort stellen Leute Sonst wär ich nicht irgendwo drauf zu teleportieren War generell schlechter engage Ja wenn ihr einfach ein Wort hinstellt Stehe ich drin und mach die Ich hab kein Wort Ich hab auch kein Ich hab vorhin gesagt dass sie mir ein Wort hinstellen Also Silvia hat zwei Worts Ich hätte auch eins gehabt Ich hab aber nicht dran gedacht Nämlich Du hast auch zwei Worts Ja aber die waren aber Nicht bereit Aber der Champ ist ja mal krass ey Ja ich bin halt auch fett ne Ja okay du bist auch ordentlich gefedert Ja ich siehs grad Also Allein die Hälfte unserer Kills Was wollt ihr denn Ich hab jetzt gleich zu suchen Also auf dem Du musst gleich gegen alle flimmen Schade Er ist halt auch sonst jemand auf der Map zu sehen Ja 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 War jetzt auch nicht so schlimm Da geht's ja hin Ja wir können da nicht bis nach vorne gehen Ja wir können da nicht bis nach vorne gehen Wer könnt ihr euch pushen also die sind alle top-barren 10 Sekunden habe ich teleport ab, kann ich rein teleportieren ich habe auch teleport ab versteht man ja lasst mal barren forcen Leute, die haben sicher nicht die Ahnung, dass wir den barren machen wollen ne Leute zurück, zurück Leute ihr dürft nicht übertreiben guck mal, auf der Map ist Nina zu sehen gerade eben waren nur noch alle oben ja klar nachdem ihr ewig weit gechased seid, brauchen die ja nicht so lange ihr kriegt gesamte Aufmerksamkeit wenn ihr kann man nichts machen mit 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 alle alle mit oder viele komm rein teleporten wenn es einget ich kann kein Wort stellen ich kann schon mal hingehen gerade weg geflasht ey du hast mich ausgeblockt ok ich kann schon mal hingehen ja 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 ich kann schon mal hingehen hinter und um sind ja ja ist gut ich komme wenn ich meine kuh erwische jetzt mittel einfach durch oder was einfach mit durchbruch immer pushen ich komme ich nicht mal hin ja Also auf der Varus kann ich halt einen Pfeil machen, Max ein bisschen zurück Ach schade So jetzt mit der Wave Engage auf Varus Good Job Ja, sauber, Alter GG, das war schön Das war ein schöner Engage gerade am Tor Lass uns den Wäger nach oben Ist doch schnell Ja, das war schön 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 Ja, das war schön